So Leute, willkommen zurück bei den Gaming News. Ja, ich hatte letztes Mal einen kleinen Versprecher drinne, und zwar Call of Duty Ghost kommt am 5.11.2013, nicht wie ich gesagt habe am 11.05. Das ist vollkommener Blödsinn. Bleiben wir auch gleich bei Call of Duty Ghost, und zwar ist das jetzt auch für die Wii U bestätigt worden. Das sagte Marc Rubin von Infinity Ward, dass das jetzt neben den Versionen für die Xbox 360, Playstation 3, Xbox One, Playstation 4 und dem PC auch für die Wii U rauskommen soll. Das war's damit. Kommen wir ja wohl zum im Moment absoluten Hauptthema in der Gamer-Szene, Xbox One vs. Playstation 4. Da streiten sich ja die Gemüter. Was soll man nehmen? Was ist besser? Was ist wo besser? Ich habe mal ganz kurz ein paar Kriterien zusammengefasst, und zwar ich persönlich finde die Playstation 4 besser. Hat den einfachen Hintergrund, da kann man Gebrauchtspiele machen, also kaufen. Die haben ja so eine eigene Tauschbörse irgendwie für, das kannst du zum Beispiel jetzt mit der Xbox nicht mehr, da du da auch irgendwie dauerhaft mit, keine Ahnung, mit dem Internet verbunden sein musst. Das finde ich irgendwie besonders kacke. Dieser Online-Zwang, der nervt mich irgendwie total bei der Xbox, ist meiner Meinung nach ein großer Nachteil. Genauso wie, dass du halt keine Gebrauchtspiele kaufen kannst. Abgesehen davon hat die Playstation 4 etwas bessere Hardware. Und, naja, Hardware halt, ne? Ist relativ wichtig heutzutage bei Games, weil die Games teilweise grafikanfälliger sind oder höhere Grafikleistungen brauchen. Ich bin ja sowieso eigentlich gar nicht so ein Riesenfan von High-Quality, Super-Bärches-Grafik. Ich finde eigentlich die alte immer noch ganz geil. So, wenn man hier mal zurückdenkt an, was haben wir da, Nintendo 64, Gamecube, sowas halt. Das finde ich irgendwie mega geil. Ähm, hu. Äh, ja. Noch eine Nachricht, Xbox 360, da kommt jetzt eine super-slim-Version raus mit 4 GB. Die kostet circa, boah, wird um die 200 Euro kosten. Also nur das Grundgerät, wenn man Kinect noch dazu haben will und alles, dann wird das Ganze auch ein bisschen teurer hier und da. Äh, weiß man ja, Kinect und alles, bla, kostet ein bisschen Geld. Gibt ja heutzutage nichts geschenkt. Das war's auch erstmal damit mit der Gaming-News für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.